So, gesagt, getan, das sind wir wieder und jetzt bauen wir uns unser Feld. Da schreibt gerade jemand, ich habe einen für 6 Eisen bekommen. So, Gold ist gleich 3 Coin. So, dann wollen wir mal anfangen mit dem, was wir vorhatten. Das heißt, wir werden hier unsere kleine Basis aufschlagen. Sequestion ist nur, wie machen wir das am dümmsten? Was ist das hier? Okay, hat jemand einen Durchbruch gebaut? Zum Fluss, das geht gar nicht mal so falsch. Okay. Ich brauche das hier. Jetzt. Toll bis, wir sind jetzt in der Geschichte. Aber dann sind wir hier. so die frage ist was machen wir mit dem bestehenden haus das würde ich halt einfach abreißen oh wir haben tatsächlich von köln bekommen das haus abreißt aber ganz schön oh mein gott wer hat denn hier gebaut hier gibt es ja eine ganze menge okay damit fangen wir dann bei dem bestehenden doch nicht von null an sondern warum ist das hier so viele schreiben ich verliere andere und den faden was wollte ich gerade sagen genau ja wir waren hier also doch nicht nicht wirklich bei null an sondern haben wir quasi schon ein bisschen was dank dem haus das hier steht das kann alles hier drinnen bleiben ja schaut ja steht nicht weiter ist noch was dahinter ja dann das erstmal nichts da hinten ist auch nichts hier unten geht es allerdings weiter zu einer mine wie es aussieht gucken wir uns hier mal um was ist doch halt wir hatten sonst gebaut hier da geht es gar nicht weiter schlechte design ja das richtige klassische kleine mine wobei das eher aussieht wie selber gebaut das sieht ja nicht original aus ist auch nicht original hier oben sind normalerweise keine steine hier hat jemand die mine selber gebaut oh mein gott ja fahre gut äh gleite bauen wir mal ab was ah die schweizerkischung kaputt gott 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 Ich liebe euch gerade damit, mich einfach kurz als Volker anzuschmelzen und solche Dinge zurückzusetzen. Machen wir am besten auch mal. Ihr glaubt mal, dass wir dann besser schätzen, die Wolle erstmal schon abzubauen, dass das physisch verwinkelt wird. Dann einmal hier mit voller Geschwindigkeit und Ab- und Rechte. Oh mein Gott. So. 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 Ähm. Delete. Blocks. Was mache ich denn da? Delete Blocks. Hier eins. Gut. Damit haben wir die eine Seite schonmal zurückgesetzt. Jetzt kommt noch die andere Seite. Das hier. So. Dann sollte soweit erstmal alles hier. Äh. Oh. Noch etwas nicht aktiv wird. Jetzt. Gutchen. Ja. Das muss keiner bleiben. Dann haben wir soweit erstmal alles zurückgesetzt, was hier nicht weiter gebraucht wird. Sehr schön. Oh. Wieürlich. Das kann dann bleiben. So. So. Ok, ok. Jetzt haben wir das jetzt bisschen, also jetzt haben wir jetzt der Scheiße dir eingesammelt. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. Das kann weg. So. Ok. Das kann weg. So, gut, dann werden wir als allererstes mal die ganzen Bäume da fällen, damit wir dann ein bisschen Platz haben, denn unser Gebäude zu bauen, was wir aber oberhörig bauen, ich bin nicht so mit hier unten im Keller rumbauen, ist nicht so mein Geschmack. Das heißt, du kommst ab, da, 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 da. Tja, also das Gold ist ja echt schnell, aber das geht echt schnell kaputt, das ist ja wirklich. Erstaunlich, wie schnell die Spezak hier kaputt ist, die, die ist gleich weg. Dabei wurde gerade noch heile, und zwar komplett heile. Einsteigerappel kostenlos am Spawn, okay. Oh, Entschuldigung, die Spezak hier weg, das gibt's noch gar nicht. Das ist ja, oh, wir haben jetzt wieder einen Coin bekommen, ja, jetzt haben wir zwei Coin. Ah, fuck, so, komm ich nicht. Ah, ja, ach, da ist ja auch noch Holz. Ach, Gott. Äh, da, da, fuck. Da, ach, jetzt komm ich. Da, 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 da. So, Drop Event am Spawn. So, Drop Event am Spawn. Oh, gut. Hammer. So, der Baum kommt am besten auch noch, der ist ohne Holz. Ach, Gott. So, da, 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 da. So. Wir brauchen jetzt erstmal eine Werkbank, beziehungsweise haben wir eine? Nein, haben wir nicht, wir brauchen also definitiv eine. Da, 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 da. Oh, jetzt mal hier hin. So. Okay, wir haben uns verkisten. Das ist natürlich sehr nice. Ähm, leider. So, wir brauchen... Nein, eine Axt. Was da brauchen wir? So, der gesamte Gestein gehört, kann komplett da rein. Das braucht alles keiner. So. Okay, okay. Du kannst auch da rein. Du auch, du auch, du auch. Was ist das denn, Kirch? Ach so. So. Okay. Oh. Danke. 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 Hast du wirklich's mit den schönen Atem-Items? Hier noch ein bisschen die Farbe packen mit mir. Und dann haben wir doch schon mal eine ganz brauchbare Gegend. Ah, ich denke, sieh nur Atem-Items haben. Ha. Jetzt weiß ich zwar nicht, welche das sein soll. Aber gut. Der Bruch kann noch stehen bleiben, der stört nicht. Hier sind noch ein paar Blätter. Ja. Dann nehmen wir jetzt hier wieder ein bisschen Zeug weg. Aha, diese da. So, droppen die Coins irgendwie aufsammeln. Aber da haben wir drei Coins. Alles, was ich habe, sind Feinde. Langjährige Feinde. So, wir sollten uns vielleicht mal eine Schuppe bauen. Das wäre ganz sinnvoll. Ein Eisen haben wir ja noch. Also ein Eisen. Einmal Eisen natürlich. Ihr wisst schon, was ich meine. Ja, ich habe wieder ein Coins bekommen. Krass, sie sind reich. So, das, den Schammfleckchen mache ich gleich mal weg. So, okay. So. Gut, dann haben wir hier schon mal ein bisschen Grundbruch jetzt. Wir brauchen jetzt Holz. Für Holz brauchen wir erstmal eine Äxte. Wir haben eine Axt. Ansonsten haben wir nur Stein. Dürfen wir uns also Stein-Exte machen. Was dann sicher nicht schlimm ist. Was schreibt ihr da so? Gibt es Minenschächte? Ähm. At-Lei-La-ha-ha-ha. 1774. Ja. Ist sie überhaupt noch on? Ja, sie ist on. So, okay, wir brauchen Holz. Holz ist da oben. Ich hoffe mal, das ist noch kein geschützter Bereich. Nein, das ist es nicht. Deswegen sieht doch die Bäume zu bekackt. Knackt. Scheiße. Komm, jetzt hoch hier. Hallo? Damn, jetzt kriegst du ja noch Macke. Oh, ich kotze gleich. Hä? Ernsthaft? Geht hier ab? So. Jetzt können die Rampen, die spawnen. Dann bin ich in einem drin. Na gut. So, okay. Wir haben ein bisschen Holz. Ich brauche aber noch definitiv mehr Holz. Das ist das falsche Holz, merke ich gerade. Egal. Es wird keinem auffallen. Yeah, ein Coin. Ich bin der reichste Mensch auf Erden. So. Ach, Mann, ey. Danke. So. Hast du eine Lederwischung? Du kannst beim Holz kommen. Nope. Ich bin nackt. Denkst du mal dessen? Ja, ich bin nackt. Genau. Ein Apfel! Yay! Okay. Wie viel kostet eine Lederrüstung? Frageteilchen. Hab schon sieben Coins. So, mal gucken. Oh, schreibt der. Einfach nur Oh. Bitte ist kostenlos. Nice. 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 So, dann ja. Kostenlose Sachen kann man ja immer mitnehmen. Ich weiß, jetzt ziehe doch die ganzen Ranken, Dinger. Kann ich BVP machen? Ich hab kein Schwert, leider. Ich dachte, ich wollte mir Lederrüstung geben. Dann leck mich. Dann brauchst du dich. Was ist das denn für ein Baum? What the fuck? Hier kann man sich ja hochbauen. So was hab ich auch noch nicht gesehen, ganz ehrlich. Ähm, wie kommen wir da rauf? Ich muss erstmal hier keinen Aufstieg bauen. Da hat jemand nämlich, äh, äh, intelligenterweise, die... Ich hab keine Ahnung, ich hab kein Hand dabei. Ich glaub's nicht. Komm, hier, fang auf. Bam. 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 Und jetzt wird abgeholzt, bis der Arzt kommt. So. Das wird aber jetzt viel Holz geben. Was? Ich hab dafür... Du hast das protected. Du weißt das cool. Bitte? Ob diese Leute nicht Deutsch sprechen können? Ich meine, okay, beim Chat, da kann man natürlich ein bisschen, ich sag jetzt mal die Grammatik fliegen lassen, ne? Da muss man jetzt nicht so sehr drauf achten, aber mindestens so schreiben, dass es andere verstehen. Das wäre doch schon mal ganz brauchbar. Ja, komm. Gebäude sind... sollte man ja auch sichern. Sonst sind sie weg. Sonst sind sie weg. Bup. Nein. Scheiße, das wollte ich nicht abbauen. Egal. Okay, hier muss ich jetzt hoch, weil jetzt ist der Bob nur noch viel breit. Ich hab leider keinen Job. Das wird doch ein bisschen dauern. Und ja, der Bob schon auf. Oder die Bäume. So, dann haben wir noch... So, dann haben wir noch... Dann geht's mal hier rüber. Dann geht's mal hier rüber. Beziehungsweise ist es auch noch, weil ich das doch noch hier den Seiten abschlagen. So, dann geht's, die Farbe. Und dann wird es doch noch mehr das gegründer. So. Ja, ich habe einen Coin bekommen. Juhu, einen Coin. Ich fühle mich auf einmal so reich. So, gucken, was wir auf alle Äste mit abbauen. Und nicht runterfliegen. Ach. Nein. Gut, wir müssen erst mal hier runter. Dann erst mal hier was Neues bauen. Wo ist denn hier gelangt? So. Steinaxt. Stahl haben wir ja keins. Die Großhügelgespende von dem Vorbesitzer dieser Karte ist ja leider oft gebraucht. Von daher müssen wir uns jetzt mit Steinexten begnügen. Da haben wir noch ein bisschen was. Dank dem eben genannten Vorbesitzer, den ich nicht kenne. Möke eher in Frieden ruhen. So. Wie kommen wir jetzt hier nochmal rein? Hier. Lalalala. Kaum gibt es Coins in dem Server, versuchen wir es ja alle zu handeln. Das ist ja heftig. Wow. Yeah, jetzt haben wir 10 Coins. Ich fühle mich wie Aladin auf Coins. Das können wir machen. So. Mal gucken, wieviel er haben möchte. Dann 2 Coins. Bitte. So. Dann hacken wir unsere Rinn weiter ab. Gott, Grammatik. Wer findet sowas? No Scammer. Hashtag No Scammer. Was auch immer das Scammer sind. Ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, ich muss das nicht wissen. Ich kann doch mal fragen. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Dann schenken wir die Gängen. mal ab. Den brauche ich doch gar nicht. Da 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 da. Gut, da hat sich die bei mir erstmal hier ruhen, ich will eigentlich an die Großen hier ran. Sonst komme ich hier gar nicht mehr zu Potte. Der ist ja auch schon relativ weit runter, also es geht tatsächlich, muss man nur gucken, dass wir an die ganzen Samen rankommen, die hier droppen, wenn die überhaupt welche droppen, ob die droppen hier kommen welche, verstehe ich gar nicht, er hat mittlerweile hoffentlich Samen bekommen müssen, wir haben drei, haben wir hier so lange gewartet, oder durch unseren Handel waren wir zu lange weg, keiner. Auf jeden Fall drei Dschungelsamen sind wirklich nicht gerade das, was man eine fette Ausbeut nennt. Fette Ausbeut ist mindestens so fett wie deine Mutter. Und für den Fall, dass du keine Mutter mehr hast, es tut mir sehr leid, aber ich werde dich nicht entschuldigen. schau. Jaaaaay! Scheisse! Ich weiß doch grad nicht, wie toll ist ne, 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 ist ne Neckanen-Rexis. Ne Werkzeug, also ne, ne Axt von Euro und 25 Coins. Dann müssen wir sie noch ein bisschen sparen, bis wir uns eine Axt bauen können. Äh, kaufen können. Los, bau schnell ab. Bei der Hand kannst du hier. Okay, Bock, extra für diese paar Dinger hier nochmal eine Axt zu bauen. Das wäre ein bisschen overpowered. Ach was, komm, ganz ehrlich, wir werden ja eh noch ein paar Bäume abbauen. In nächster Zeit, von daher. Können wir uns auch gleich eine neue Spitzhacke bauen. Äh, eine neue Axt bauen. Ich bin mit meiner Spitzhacke hier, das ist ja... Wobei, wir können uns eigentlich auch gleich beides bauen, dann können wir gleich die drei Steine da unten abbauen. Die da. Die Nerven, nämlich meinem, meinen Augenlicht. Meinen wohlgesonnenen Sein, die brauchen Sand. Dann... Schieben wir das Ganze hier mal gleich wieder zurück. Und dann ist das Dirt. Ja. Es gibt sich auch zu diesem komischen Tastwerk hier. Und das können wir nicht nehmen, weil das wird nämlich nicht wieder grün. Und das wäre blöd. Da ist einer gestorben. Zum Glück behält man sein Inventar. Doch, wie gesagt, das ist ja ein Feature, das wird später wieder entfernt. Und so Axt haben wir. Sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, das war es erstmal für die Runde. Ähm. Dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder. Schauen wir mal.